und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klembau steinbaus heute feiert funhole auf diesem kanal premiere und zwar haben wir die f9015 den medieval market aus der middle ages reihe 2614 teile erwarten uns in diesem set ab 16 plus ist es laut der verpackung geeignet und funhole hat ja die eigenart dass es licht kids mit sets direkt verbindet also licht und klemmbausteine zusammenzuführen was mir als grundgedanke wirklich gefällt und jetzt habe ich endlich die möglichkeit euch so ein set auch einmal vorzustellen deshalb möchte ich auf funhole noch einmal denken ihr habt es am anfang des videos sicherlich oben links gesehen dass dort werbung eingeblendet wurde funhole hat mir dieses set zur verfügung gestellt dass ich es euch vorstellen kann ich bekomme aber kein gesondertes geld dafür und kann hier frei meine meinung äußern das habe ich genauso wie bei fantasy funhole gesagt dass das für mich eine grundvoraussetzung ist und die haben auch sofort zugestimmt sie haben gesagt dass sie durch kritik auch lernen wollen und das ist ja wohl die richtige einstellung also hier noch mal vielen dank an funhole dass ich das ganze vorstellen kann an der seite ist die verpackung ehrlich gesagt designlos da gibt es nichts sehr spannendes zu zeigen und auch auf der rückseite gibt es nicht allzu viel spannendes außer dass funhole nochmal zeigt was sie von anderen herstellern abhebt wir haben eben dieses set im off modus also ohne dass das licht kit eingeschaltet ist und noch mal on wo das licht kit seine ganze schönheit entfalten kann und wenn das in echt nur halb so schön ist wie auf diesem foto was wir hinten drauf sehen dann wird dieses set ein echter hingucker fürs regal damit mir aber auch gar nicht mehr so lang quatschen und rausfinden ob das wirklich so ist würde ich sagen wir machen die packung einfach mal auf und schauen uns zusammen die teile tüten und die anleitung an und nach dem öffnen der box haben wir natürlich teile tüten noch so einen kleinen extra karton den wir uns gleich anschauen und natürlich die anleitungen und ja es sind zwei anleitungen ich habe schon mal reingeschaut es ist quasi für jedes haus eine anleitung finde ich auch schön so kann man sich das auch beim bau aufteilen die anleitungen sind auf jeden fall hochwertig die sind zum heft verleimt es ist ein dickes gut bedrucktes glanzpapier und hier vorn hätten wir auch noch mal ein qr code um uns eine online anleitung runterzuladen habe ich jetzt keinen bedarf dafür aber es gibt ja auch leute die bauen gerne nach einer pdf wenn wir das ganze dann aufmachen sehen wir ein paar schöne detailbilder von dem set eine seite wo sich funhole selber vorstellt das finde ich auch sehr sympathisch man kann sich unterhalten dann haben wir hier so eine inspirationsquelle wieso ein mittelalter set entstanden ist wir haben hier eine übersicht was alles enthalten ist dann die sicherheitshinweise für die ganze elektrik eine auflistung in welcher tüte sich welche teile des licht kits verstecken eine anleitung für die sticker denn wir haben hier transfersticker und eben keine billigen normalen sticker apropos sticker der stickerbogen sieht so aus der war an der anleitung zu finden ist sicher verpackt gewesen und hinten drin ist noch ein cape für eine figur prints werden trotzdem cooler aber immerhin sind es transfersticker dann wird uns noch mal erklärt wie wir den teile trainer benutzen und dann kommen wir zum wichtigen teil zum bau des sets auf der ersten seite sieht man schon mal eine übersicht welche tüten zu was zusammengebaut werden und eben auch was in dieser anleitung verbaut wird hier haben wir eine übersicht der figuren mit explosions zeichnungen und dann geht es auch endlich mit dem bau los es wird nichts ausgegraut sondern alles weiterhin in vollfarbe dargestellt und was neu gebaut wird wird rot umrandet so dass man es wirklich gut sehen kann wir haben auch immer solche eins zu eins abbildungen von den teile längen damit man das direkt abmessen kann finde ich auch sehr schön und ich finde es wie immer schön wenn zu der teile tüte und der licht kit tüte direkt gezeigt wird welchen fortschritt man damit beim bau macht die erste anleitung hat 226 bauschritte auf 127 seiten verteilt und bei der zweiten anleitung kommen wir bis zu bauschritt 387 mit 229 seiten und hier kann man noch mal das set bewerten um eben dem hersteller so sagen was hat einem gefallen und was nicht fun hole ist anscheinend daran interessiert sich zu verbessern und ganz am ende werden noch mal ein paar andere sets von fun hole beworben aus den verschiedenen reihen die es dort gibt und dann haben wir wie gesagt ja auch noch diesen karton hier auch der hochwertig zum aufklappen und wir haben hier drin einzelne tüten wo die teile vom licht kit drin sind eine batterie box um das licht kit zu betreiben ja es ist eine batterie box es ist leider keine akku box und besonders cool finde ich hier ist auch noch eine pinzette dabei um das licht kit zu verlegen und auch die transfer sticker aufzukleben finde ich toll dass an sowas gedacht wurde die licht kit tüte 1 habe ich schon mal geöffnet wir haben hier relativ dünne kabel damit sie auch versteckt verlegt werden können und die leds sind dann direkt in so kleinen steinchen eingebaut dann haben wir zum beispiel noch das kabel dieses kabel diese module und dieses steinchen und das ist wie gesagt nur licht kit tüte 1 da kommt noch einiges dazu ich bin gespannt wie gut sich das verlegen lässt und zu guter letzt zeige ich euch nur noch mal eine teile tüte wie die bauabschnitte gezeigt werden finde ich ist ordentlich offensichtlich und ein schönes design und ich denke wir haben auch schon wieder genug vorher geschwafelt ich fange jetzt auf jeden fall mal anzubauen und wir sehen uns dann wieder sobald es etwas wichtiges zu sagen gibt und wir sehen uns nach dem 82 baustell und damit nach dem ersten bauabschnitt schon das erste mal wieder für einen wirklich ganz kurzen zwischenstand die steine qualität ist richtig richtig gut die steine sehen toll aus sie lassen sich super verbauen da gibt es überhaupt nichts zu meckern auch das design was wir bisher gebaut haben gefällt mir gut wir haben hier drin eine kerze die später beleuchtet ist ein ofen zwei brote wie gesagt mit stickern aber eben mit guten transferstickern draußen haben wir noch eine fackel die dann ebenfalls beleuchtet ist und hier draußen ein tischchen ebenfalls mit einem kleinen beleuchteten feuerchen hier eine ecke wo brot verkauft wird und verschiedenes obst und karotten wir haben so ein süßes huhn wir haben so eine süße ziege also hier ist wirklich bisher alles dabei es gab bisher beim verbauen von den normalen steinen überhaupt keine probleme und es war auch sehr einfach bisher bis eben auf dieses kabel gefriemel aber es steht auch auf der box 16 plus und das wird größtenteils an der beleuchtung liegen und dem kabelmanagement was man dort betreiben muss der anfang hat auf jeden fall schon viel spaß gemacht ich hoffe das bleibt so und wir sehen uns dann gleich nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das nächste mal nach dem dritten bauabschnitt keine angst bei den nächsten sachen werde ich wieder draußen filmen damit wir mehr platz haben aber für das was ich euch jetzt zeigen möchte ist auch diese nahaufnahme ganz cool denn wir haben ein sehr schön gestaltetes dach meiner meinung nach simple bautechniken aber hat eine gute wirkung am ende und wir haben auch prinz denn diese zwei mal 6er fliesen hier sind bedruckt es sind also nicht alles dicker aber selbst die stickern sind ja wie gesagt transferaufkleber auch die fachwerk optik haben sie wirklich gut hinbekommen dafür dass es ja jetzt als einzelnes haus nicht das größte set ist und auch hier diesen überweg finde ich haben wir sehr schön gebaut im dach ich habe die eine seite mal abgenommen befindet sich dann die batterie box die man hier drin verkabeln kann eine andere inneneinrichtung haben wir unter dem dach nicht und was ich auch noch schön finde damit man mit dem set spielen kann kann man hier die seiten öffnen und kann im inneren die räume bespielen den backraum habt ihr ja schon gesehen und in der mittleren etage findet sich ein bett und eine kerze also das ist von der einrichtung jetzt auch nicht das besonderste trotzdem haben sie es geschafft dass der kleine raum auch lebhaft am ende aussieht und man darf nicht vergessen wir haben ja natürlich noch die beleuchtung die ich in dem fall über eine powerbank betreibe ich stehe eher auf akkus und eben nicht auf die batterie box und wenn dann das ganze ansteckt dann seht ihr dass es an verschiedenen stellen des sets anfängt zu leuchten und das ist wirklich richtig richtig schön ich werde euch natürlich auch noch wenn es fertig gebaut ist davon aufnahmen präsentieren weil das ganze dort natürlich am besten zur geltung kommt was mir auch noch gefallen hat ist dass es hier verschiedene varianten gibt die man bauen kann bei einigen leuchten wenn man einen zwischenstein einbaut hat man ein gedimmteres licht was dann näher an dem historischen vorbild wäre oder man lässt den zwischenstein weg kann es beim display besser ausleuchten und das finde ich ganz cool dass man es dann eben so bauen kann für den verwendungszweck für den man es gerne haben möchte ich habe in diesem fall alle steine eingebaut keine ahnung ich habe immer das gefühl ich muss jeden stein verbauen das ist vielleicht so ein kleiner tick von mir aber ich denke auch so ein leicht gedimmtes licht steht dem haus am ende sehr gut das verbauen von dem lichtkit hat ein paar tücken an der einen oder anderen stelle man muss aufpassen dass man die steine an dem kabel nicht zu sehr ran drückt dann kann es sein dass teile des lichtkits ausfallen sie gehen davon nicht kaputt aber sie gehen in dem moment nicht wenn sie da zu viel druck haben beim verbauen da muss man darauf achten und das ganze auch immer mal beim bau durchtesten deshalb das ist ein setup bei dem auf der packung steht 16 plus und das ist hier bisher von der altersempfehlung auf jeden fall gut getroffen an der einen oder anderen stelle würde ich mir auch noch wünschen dass man in der anleitung kabel ein bisschen verdeckter verlegt im großen und ganzen wird sich bemüht dass man sie nicht sofort sieht aber gerade durch die thematik dass man aufpassen muss wie man sie verbaut damit eben nicht der stromfluss unterbrochen wird kommt es doch zu manchen stellen wo man das kabel relativ offensichtlich sieht wenn man da jetzt ein kompletter profis im lichtkit verlegen kann man das bestimmt ausgleichen ich bin ganz ehrlich ich kann es in dem fall nicht und ich möchte es ja auch am liebsten so nah wie möglich an der anleitung immer bauen und euch das zeigen was ihr bekommt wenn ihr es nach anleitung baut auch das ist so ein kleiner punkt den man als display set dann bemängeln kann ich baue jetzt auf jeden fall weiter und freue mich schon auf den weiteren bau und wir sehen uns das nächste mal nach 137 bauschritten der zweiten anleitung und damit nach dem sechsten bauabschnitt ich wollte euch nur noch mal einen kleinen zwischenstand geben bevor wir dann zum großen finale kommen und es hat sich beim größeren haus wieder einiges getan ich finde ja diese torbögen hier immer noch sehr schön das hat so ein bisschen eine klosteroptik hier unten haben wir eine leuchtquelle im wasser wir haben hier wieder eine beleuchtete fackel so eine art glocke so einen anbau der auch wirklich einfach gebaut ist auch meiner meinung nach gut aussieht und sehr gelungen ist dann haben wir hier hinten wieder eine brennende kerze und auf dem tisch haben wir einen kronleuchter mit zwei beleuchteten kerzen der kronleuchter hat nicht wirklich spaß gemacht zu bauen der ist sehr instabil das kabel verlegen war sehr friemelig es ist auch nicht optimal geworden am ende außer auf den kronleuchter hätte ich vom bau verzichten können und hätte lieber die kerzen sowie hier hinten irgendwo einzeln platziert im endergebnis sieht es dann aber gut aus der tisch ist gebaut genauso wie die wände die wirklich sehr detailreich mit viel struktur gebaut worden sind wir haben hier noch ein bild dran dieses bild ist aber ein aufkleber beziehungsweise ein transfer sticker genauso wie die fahne an dieser wand die auch ein transfer sticker ist hier seht ihr noch mal die ganze sache von außen wie gesagt das ist eine schön strukturierte wand und auch diese art schmiede oder waffenkammer im inneren möchte ich euch gerne noch mal zeigen also ich finde das sieht wirklich richtig schön aus gerade wenn hier noch das feuer im ofen beleuchtet ist mit dem schild dann hier diesem art schleifstein dem schwert hinten dran hier einem helm es gefällt mir wirklich gut hier sind kleine feine details drin es ist nicht überladen aber ich finde das mittelalter thema ist ja wirklich schön umgesetzt bisher in der ansicht sieht es fast so ein wenig aus als wenn die steine sehr verkratzt sind sind sie aber gar nicht das sind größtenteils hier meine bad show sobald man damit baut und das anfasst hat man da leider ein paar fingerabdrücke drauf wir haben hin und wieder kleine mikrokratzer drin gerade beim dach habt ihr das vorhin gesehen aber das hält sich alles in grenzen und bekommt man teilweise von lego momentan auch nicht besser als i-tüpfelchen wäre es natürlich trotzdem dass eben auch noch diese leichten kratzer weg wären was mich ein wenig irritiert deshalb kann ich das set auch noch mal hier auf dem bautisch zeigen wir haben es noch gar nicht mit dem kleinhaus verbunden wir haben nur einmal mit einem relativ langen kabel die zwei sachen verkabelt um hier die beleuchtung zu testen aber komplett verbunden mit stein haben wir es noch nicht ich hoffe dass wir das noch verbinden weil wenn das so einzeln stehen würde fände ich das ein bisschen merkwürdig muss ich sagen es würde mir nicht so sehr gefallen aber da rate ich gerade ins blaue ich gehe mal davon aus dass das noch mit stein verbunden wird der bauspaß ist bis jetzt auf jeden fall ungetrübt und ich gehe davon aus wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen set wieder die zweite anleitung ist geschafft und damit der medieval market von funhole fertig gebaut bevor wir uns den aber anschauen würde ich gern noch mal mit euch über die figuren reden insgesamt haben wir fünf figuren drei habe ich jetzt schon mal hier stehen die anderen zwei gucken wir uns natürlich auch noch an keine sorge hier habe ich erstmal ein bauern ein handwerk und eine markt würde ich jetzt zumindest mal behaupten mit meinem gefährlichen mittelalter halbwissen ich hoffe geschichtsfenster kommt nicht irgendwann vorbei und sagt mir wie schlecht diese aussage war und die figuren von funhole sind auf jeden fall besondere figuren und auch weit von lego weg sie sind an sich von der gestalt schon mal relativ bauchig wir haben bedruckte oberkörper auch am rücken alles andere ist nicht bedruckt außer natürlich die gesichter ich glaube das selbstverständlich wir haben bei diesen zwei mit kopfbedeckung kein separates haarteil mehr dabei und die markt hat noch so eine art rock dabei dann haben wir noch eine art ritter und ich würde einfach mal behaupten einen adeligen auch wieder am rücken und auf der brust bedruckt der ritter natürlich genauso die figuren sind wirklich komplett anders als bei lego wir haben die griffstücke die nicht in finger unterteilt sind auch eine sehr andere form die arme haben eine komplett andere form und auch die beine und der oberkörper sind komplett anders aufgebaut das hier sind die beine und die verbindung zum oberkörper das ganze besteht aus drei teilen das gelenkt das es mit dem oberkörper verbindet und jeweils einem linken und einem rechten bein und das wird dann einfach hier reingesteckt schade ist an den figuren man kann sie leider nicht hinsetzen sondern nur an den beinen aufnoppen dort stehen sie dann aber auch gut und generell machen die figuren einen hochwertigen eindruck in der verarbeitung aber wie bei anderen konkurrenzfiguren ist dieses bauchige erscheinungsbild natürlich erst mal eine umgewöhnung an sich gefallen sie mir aber auf jeden fall und sind meiner meinung nach auch weit genug von lego weg das beste für euch ist ja auch noch selbst wenn diese figuren von lego angefochten werden werden sie nicht bei euch als eigenimport im zoll hängen bleiben weil ihr könnt dieses set ganz entspannt auf amazon schon importiert kaufen und müsst euch dann überhaupt keine gedanken über einen import machen dann seid ihr zumindest als endkonsumenten raus so viel also zu den fünf figuren ich würde sagen jetzt gehen wir raus und schauen uns das set gemeinsam an und damit ist der mittelalter markt aus der middle ages reihe von dem spaßigen loch die nummer f9015 auch schon fertig 2614 teile haben wir verbaut und das kann sich doch auch schon mal sehen lassen im ergebnis sieht es wirklich wirklich schön aus an jeder ecke haben wir eine beleuchtung wir haben die ganzen fackeln außen und auch aus den innenräumen haben wir dort ein paar schöne licht akzente fassen wir das ganze doch noch mal zusammen wir haben fünf wirklich schöne figuren dabei wir haben ein paar tierchen dabei was immer gut ankommt wir haben wirklich gute steine qualität haben transfer sticker keine billigen aufkleber und obendrein noch ein paar prints dabei die anleitung war sehr einfach wenn wir normale steine verbaut haben wurde dann etwas anspruchsvoller sobald wir immer etwas von dem licht kit gebaut haben was ja auch bei fanhol auch der signature move ist fanhol sagt aber auch selber das ist ab 16 plus und da muss man eben mal ein wenig kabelmanagement betreiben das wird ein in der anleitung gut gezeigt es gibt sicherlich hin und wieder bessere wege die kabel zu verlegen und zu verstecken da könnt ihr gern noch kreativ werden wenn man es so wie in der anleitung baut ist man aber auch gut beraten muss dann trotzdem hinnehmen dass man an der einen oder anderen stelle das kabel noch sieht das ganze set ist gut bespielbar man kann die wände hinten aufklappen und bei dem großen haus ist zwischen der mittleren etage und dem dachgeschoss das ganze wie in einem modular building so dass man das modular abnehmen kann warum man sich dort gegen einen aufklappen entschieden hat kann ich nicht sagen ich hätte es schöner gefunden wenn man alles aufklappen kann aber auch dadurch dass man es modular abnehmen kann an dieser einen stelle kann man es dort gut bespielen wir haben ein paar schöne bautechniken dabei aber nichts was einen jetzt überfordern würde und alles in allem hatte ich mit dem set sehr viel spaß mein größter kritikpunkt an diesem set ist auch dass das kleine gebäude mit dem großen gebäude nicht verbunden wurde ich habe ja im zwischenbauschritt noch gesagt dass ich mir nicht vorstellen kann dass es dort nicht noch eine verbindung geben wird aber es ist wirklich so dass es nicht verbunden wird zumindest nicht mit steinen wir haben ein 50 cm kabel zwischen beiden gebäuden aber das hält das ja nicht fest das finde ich sehr schade da hätte man eine lösung finden sollen dass man es entweder fest verbinden kann wenn man es so hinstellen möchte wie ihr es jetzt auch gerade seht oder dass man es eben dann weglässt die steine die es verbinden damit man es sich frei hinstellen kann aber einfach gar keine möglichkeit der verbindung reinzubringen finde ich nicht so schön wenn das aber der größte kritikpunkt an einem set ist dann seht ihr auch wie viel fun hole hier richtig gemacht hat das set macht sich im regal als display modell super ohne licht kit kann man es auch gut seinem kind zum spielen geben und das lichtkit vielleicht noch für andere sachen benutzen also das ist wirklich eine empfehlung wert und ihr könnt euch gerne mal das set anschauen ich habe es euch natürlich noch einmal verlinkt wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch diese review gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick